hallo und herzlich willkommen zurück bei my time at sandrock ja ich muss zugeben ich habe offscreen die einfachen dungeon bin ich noch mal durchgegangen also gestern nach der aufnahme direkt und muss sagen ich habe die gegenstände gekauft die ich gesucht habe und natürlich beim ziviltruppe gefunden und habe die grünen steine natürlich direkt gekauft acht stück nur maximal und konnte auch direkt die aufgabe abgeben habe ich auf screen gemacht also keine sorge dass ich glaube das muss ich nicht zeigen wie ich jeden spieltag zwei aufträge fortsätze aber jetzt kommen wir zum lagergespräch da müssen wir noch deswegen habe ich hier unterbrochen ich habe sogar vorher noch alles geschafft briefe haben wir auch noch im briefkasten der hälfte der ausdauer ist weg ja weil ich nämlich in der dungeon war okay dann wollen wir mal mhm mhm justice please tell our good people how you plan to work with the specialist to catch logan haru and that young bandit boy before he gets himself into any worse trouble ν mhm dann erzähl ma mhm well mayor rather than answering directly we are ready to deliver a profile und ein profil zu liefern mhm ja das ist nur eine kleine gang We believe our suspect is a caucasian male, somewhere between the age of 10 and 18. Our current theory is that Logan's forced him to serve through some nefarious method. Or someone took his toys away at some point in his early years. Now he seeks Retribution, trying to steal back the childhood that was stolen from him. Falsch, Justice. Das ist komplett falsch. Es ging um seinen Vater. Also, ne? Das kann nicht sein. Will sich rächen. Natürlich, wegen seinem Vater, weil er nämlich so viel Wissen in der Quarantäne war. Due to the fact that we've never noticed him up until this point, we believe he's someone who joined recently. We will not rest until we apprehend this criminal. As well as every other member of the Logan Gang. Mhm. Ah, one more thing. Here's a photo of the Specialist who should be arriving soon. If you see him wandering around town, just send him over to City Hall or the Civil Corps. He's the best of very limited funds goodbye. Is nicht sein Ernst. Thank you and good evening. Is nicht sein Ernst. Wer's das denn? Gandalf, oder was? Das war's. Zwei Fragezeichen hier. Ja, äh, ich werd die auch nicht anquatschen. Huch. Na toll. Äh, das waren lustige Nachrichten. Neuigkeiten vor allen Dingen. Schau, Mayor. Ich hab' dir gesagt, ich wollte nicht dieses Pressekonferenz-Tag. Die Wahrheit ist, wir haben einen Huck-Wing bei diesen Leuten in der Miller-Schooler. Und wir haben keine Ahnung, wo sie gewinnen. Du möchtest mich allen sagen, das? Tja, ich hab' auch keine Ahnung, wo sie hin sind. Ich will sie auch nicht suchen gehen. Ich hab' nicht gefragt, dass du die Wahrheit verbinden kannst. Ich hab' nur gedacht, ich hab' nur gedacht, dass du etwas mehr substanierst kommen würdest. Gehaltvollerem Ankommen. Aha. Gehaltvollerem Ankommen. Hm. Ja, find ich auch. Ist okay. Hol' noch einen komischen Typen hier her. Der ein bisschen komisch aussieht. Ja, okay. Das Äußerliche sollte man nicht, ähm, na, bei... Ja, ihr wär' schon... Ah. Ja, danke, buddy. Wir werden sie kriegen, Bürgermeisterin. Macht ihr keine Sorgen. Diesmal habt ihr echt ordentlich daneben gelangt. Ähm. Würde ich jetzt sagen, ja, aber... Ach, komm. Wir gehen's positiv an und dann wird alles gut. Natürlich. Wir sind glücklich, dass du dir auch Unterstützung haben möchtest. Natürlich. Ich helfe doch gerne. Wenn ich ehrlich bin, ist es ziemlich niemand, der ich lieber in einem Fokseholt sein würde, als du. Mhm. Jo. Das glaube ich. Ja. Du bist die top 5 guten Krieger, die ich weiß. At least. Mhm. Du hast eine Liste? Was? Ah ja, stimmt ja. Die Liste. Mhm. Die komische Liste. Da gibt's ja noch eine Siviltruppe, so eine Liste, ne? Hätte ich eigentlich annehmen sollten. Aber ich weiß nicht, was die Belohnung ist. Hab' ich überhaupt nicht geguckt. Wir schauen mal schnell rein, ne? Ich versuch, äh, so kurz, äh, so schnell wie möglich alles zu machen. Ähm. Ja, was ist denn die Belohnung, wenn ich den hier vielleicht... Nehmen würde? Was ist die Belohnung? Ja, das sind bloß Joltz. Gold, äh, Geld. Ist nur Geld. Da ist nix, was man... Trippchen, ähm, neun Trippchen soll ich erlegen. Ähm, äh, 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 zwei Dinge tun soll. Aber ja, ähm, ähm... Quarz. Äh, ne, da kann ich bloß einmal holen. Ein bisschen schlecht, aber recht. Äh, hier kann man nicht mal reinschauen. Schade. Aber die Rüstung, glaub' ich, hier ist... Oh. 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 Also Speere sind sehr beliebt hier anscheinend. Ähm, welches Level haben wir denn überhaupt? 33. Oh, hier, 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 hier. Da kann man ja neue Rüstung kaufen. Ähm, ja, aber nur mit Marken. Was bedeutet, ich muss offscreen nochmal hier the beach, breach, breach, the breach gehen. Genau. In the breach. Ähm, da ist noch eine... Ja, okay, da ist noch eine Hauptquest. Aber jetzt nicht. Ich vermute mal, man kann auch selber Rüstung herstellen, verbessern und, und, und. Und, ähm, so, ich möchte gerne mal diesen Briefchen noch lesen, aber erst mal das hier mitnehmen. Genau. So, Brief von Ma. Ma's Antwort. Wow, das ist mal was Neues. Pflanzen bringen also tatsächlich Nährstoff in den Boden, wenn sie lange genug dort sind. Ich habe immer angenommen, dass sie das Zeug aus der Erde fressen und in Sauerstoff umwandeln. Wurde das im Naturkundeunterricht nicht gelehrt? Wenn ja, habe ich... Dann habe ich erst vielleicht verpasst. Oh, darum ging's. Okay. Äh... Ich habe sogar offscreen noch ein paar Sachen angeschmissen. Ne? Bronzestäbe. Gummischalen. Äh, Kupferzahnräder. Geist, äh, Gus, 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 Eisenohr, oh, oh, ne? Ähm, bitte mal da stehen. Äh, ich weiß, ich musste dir ein Befehl geben. Ein bisschen Chromstahlstange. Ähm, und Stahlstange. Ähm, Chrom... Stahlstange. Habe ich ja keine... Doch, kann ich. Hier, komm. War noch ein bisschen mehr Chromstahlstange, wegen Waffen. Ich würde dann noch bessere Sachen, äh, bauen. Ähm, ja. Das war's. Gut. Nicht so schlimm. Ja, ich könnte noch... Nö, komm. Wir schlafen durch. Mal gucken, was am nächsten Spieltag los ist. Ah, ich frage mich, was mit Nia los ist. Ähm, kommt sie wieder? Äh, wird sie noch wiederkommen? Ich habe keine Ahnung. Out of there, Partner. You the builder around these parts? My name is Bronco. Bronco the Kid. I'm here by request to your mayor, to track down those handsome Devils, that are giving you all such a headache. I'm gonna need your help to do it. Äh, hübscher Teufel? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Warte mal. Da hat wohl jemand seine Stimme verändert und sich verkleidet. Sommersprossengesicht. Die kommt wirklich einem bekannt vor. Aha! Well, as you know, I am pretty darn famous around these parts for, uh, you know, all the cool stuff I do. No need to remind you what that is, as I am sure you are very familiar already. No time for autographs. I got, uh, adult job stuff to do for big people like me. Um, Azzy? In any case, what I'm gonna need from you is a Supershock shield or Ssssss for short. Which also means shield in the Giggler language. At least, I think of it as meaning that it's got like, there's a lot of layers to it. What for? To aid me in the capture of these handsome devils, of course. Did you even need to ask? Anyway, I've already gone to the trouble of having that uppity science fellow designed something for you to work with. So, here you go. Mm-hmm. The sooner I can go after those Dashing Rooks. Supershock. Shirt. Them and their ravishing good looks. So long, workshop on and builder type person. Hm. Elsie? Bist du das? W-w-w-w-was is das denn? Ich glaube nicht, dass es von Kree ist. Das glaube ich nicht. Das ist nicht Kree. Was zum... Huch? Entschuldigung? Ja, da wollte ich mal ein bisschen ausrasten. Ähm, das war nicht. Das... Das... Das war irgendein Kind. Das kannst du doch keiner zählen. Verdachtsstufe. Sprich mit Kree, Mian, Jan, sprich mit Stadtbewohnern. Beobachte den Kopfgeldjäger. Das war sehr merkwürdig. Jetzt müssen wir die Hauptquest machen, ne? Jetzt müssen wir. Okay, dann springen wir mit Jan zuerst. Äh, falls er hier irgendwo ist. Oder ich nehme einfach den, der in der Nähe ist. Genau. Den zuerst. Äh, ja komm, erst mal dahin. Ähm, hä? Okay. Das ist merkwürdig. Äh, warum? Hä? Da steht keiner. Ach so. Hey, da, pretty lady. Das ist schon... Könnte das Elsie sein? Ähm. Ähm. Stranger danger! I'm gonna scream! Ähm. 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 Sorry, don't do that. I'll leave you alone. Look, see, I'm leaving. Ähm. Heidi says never trust anyone with a mustache who hasn't been specifically cleared by Aunt Heidi. Have a nice day! Mhm. Ähm. Das ist schon... Rätselhaft. Ähm. Ja, genau. Reiner. Nächste Gespräch. Jan. Katzenmilch. Mit Jagdmilch. Mischen. Oh, du bist so widerlich. Hahaha. Okay. Ähm. Der ganz hinten. Oh, Mann. Welche Frage... Am besten alle Fragezeichen durchgehen. Das ist doch... Ja, ja. Behalte mal deine Geschenke. Äh, mag ich jetzt überhaupt nicht. Egal, wir wissen... Mr. Qui. Der kann genauer sagen. Das ist bestimmt nicht seins. Los, Mr. Qui. Helf mir. Mr. Qui. Aha. Gib mir das. Okay. Das Diagramm sieht aus, wie es von einem Kind getrennt wurde. Ich weiß, dass ich das über alle Diagramms, außer mir selbst. Aber diese Zeit, da ist kein Fehler. Das war getrennt von einem literalen Kind. Ja, bau mich schon klar. es wäre suboptimal, dass mein Name an so einer Travestie wie ein Diagramm zu haben. Bitte sehen Sie, dass Sie diese Nutzung auskontrieren können. Ja, kannst du mir helfen, ihn damit zu konfrontieren? Äh, konfrontieren? Nicht? Was bist du für'n Arsch? Ey, ich hab auf Unterstützung gehofft. Aber du bist ja noch... Habt ihr das gehört? Und gelesen? Das ist doch voll der Hoden. Wer ist diese Person? Das kann nicht die Person sein auf dem Bild. Das glaube ich wohl kaum. Irgendso ein Betrüger. Ich vermute mal, dass Elsie. Also... Von Kindheitlichen her. Und dann noch die Stimme verstellen. Hm. Oh. Hello. Äh... Achso, da brauche ich nicht. Also, äh... Äh... Garnab... Ja, sicher. Hm. Ja. Hm. Ja, später. Ähm... Jetzt ist ganz schlecht. Nee. Ich kann jetzt nicht. Wir machen später. Und die Pflanzen... Machen wir später. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Ist das überhaupt Elsie, oder ist das echtes... Was ist... Ah, you must be the... Specialist. You're familiar with my work? Darn tootin'. Us in the fighting community, well, we think you fight real good. Mm-hmm. Thanks. It is also my opinion that I fight real good. Say, is somebody looking for a... Combat Tutorial? I think somebody's looking for a... Combat Tutorial. No, no, I'm, uh... I'm good on that. Ich bin, uh... Guten... I see. Nein, nicht wirklich, ne? But say, me and the crew was just wondering... Mm-hmm. You got any of them, uh... what do you call them? Weaknesses? Come again? Oh, you know. Kind of like Panbats are weak against noise, the nail lobs are weak against salt, that sort of deal. Ah, no. Of course not. Just pulling your leg there, partner. Okay. Aren't we done here? Sure. Don't let me take up no more of your time. I'm sure you got lots of folk you want to punch into space and whatnot. It's called the Space Punch. Space Punch. Some of the Space Punch. Right, Space Punch. Watch out for that one. Huh? What are you doing here, Builder? Where's my shield? Mm-hmm. Is he a fan of Penn? Uh, yeah. Who is it? What a fine fella. He's so... humble? Mm-hmm. Hey, what's it to you anyway? Listen, partner. I ain't trying to get too friendly here. I got a job to do. Just make me my super shield, all right? Nein. Ich werde dir kein Super-Shield bauen. Solange ich nicht weiß, wer du bist. Ja, jetzt läuft er ja auf und ab. Okay. Was heißt, äh, story-technisch weiter? Ja, sorry. Dauert ein bisschen länger heute. Die Aufnahme. Oh my gosh! Are you Ernest? The Ernest? The famous rider? Nein. Oh, hey there. I don't know about famous, but yes, I am he. Wow! Holy smokes! My- My heart feels like it's about to jump out of my chest. Oh, uh, Well, if you're not feeling well, perhaps I can meet you later? I can always make time for- N-no, it's just my nerves. I just can't believe it's really you. Oh my gosh, in Book 8, Detective Ned vs. the Crab King, when I found out it was the butler all along, like, how did you even think of that? Ah, you like that, huh? Hmm. Well, That's just brilliant. I-I-I have my copy right here. Could you sign it? Sure thing. Who should- Oh, wow. Uh, Eh, well, my friend Andy is an even bigger fan than I am, so, make it out. That's really considerate of you. He's very lucky to have a friend like you. I do have to be going, but thank you- Yes. What's your major malfunctions, Builder? Why are you always talking about people? A fan of Kinderbücher? Wer is this Andy? Tu me neilig. so. Ein Fan von Kinderbüchern? Wie alt bist du eigentlich? None of your beeswaxed, Rebozoid. Sheesh, you and your dang questions. Can't you just do your job and make me my super shield? I can't- I just can't deal with you. I'm sorry. Just- Come find me when you got my shield. What's your major malfunction, Builder? Why you always sne- Hey! They ain't kid books. Says right here on the back cover, for all ages. What's the matter with you? Build my super shield. What's your major malfunction, Builder? Why you old- Huh? Andy is... A friend. Yes. And a very cool one at that. And nope, before you ask, he is not a member of that hungish highwayman's group. There are lots of Andys out there, and at least some of them ain't bandits. Highly presumptuous, Builder. Highly presumptuous. It's one thing giving me trouble, but when you go after my friend, well, that really gets my blood boiling. Look, just get back to work on my super shield, and then we can put all this behind us, alright? Nein. What's your major malfunction, Builder? Come back when you got my super shield. Nein. Ich baue dir keinen super shield. Du bist noch ein Kind. Und für Kinder baue ich nichts. Also sollte man nicht. Auf keinen Fall. Ah, hier ist auch noch was. Nehmen wir das auch noch mit. Hey there, Bronco. Justice is my name, and Justice is my game. This here's my buddy, Unsure, the deputy in training. Mm-hmm. Howdy. Uh, howdy, y'all. We just wanted to come find you and let you know, just cause we're working in different branches, don't mean we can't work together. Really, you need anything. And I mean anything. Just catch up with one of us, and we'll do our best to help you out. That sounds swell, fellas. You got anything for us at the present? Uh, it's all just the beginning stuff right now. I bet y'all got plenty other to do rather than my, uh, stuff. Paperwork and- Actually, we got a jumpstart on our paperwork a couple days ago. Cleared out our schedule so we can aid you in tracking down that darn scoundrel, Logan, and his gang. We're with you all the way, Bronco. Mm-hmm. Oh, yeah, that feller. Well, uh, truth of it is- Hmm? I'm a hard-boiled lone wolf detective on the edge. I'm a loose cannon. I play by my own rules, see? I can't let two good eggs like yourself get mixed up with a renegade custard like me. Mm-hmm. Uh-huh. All right. Well, if you change your mind, we're mostly free these days. Okay. Glad y'all understand. Listen, it's, uh, it's just better this way. Don't worry. We can all celebrate together once we catch those hunkish highwaymen. So long! Dang it. It's always like this. Specialist, flying pigs, ACI, I think they're so hot. Just hunkish highwaymen? Oh, hey. How you holding up? Building anything cool? Kommt da nicht komisch vor? Folks in the biz who don't join the core are all like that. They think they're better than us grunts. Mm-hmm. I think he's awesome. Come on, man. Well, I wouldn't worry too much, Builder. He might be a loose cannon that plays by his own rules, but supposedly he gets results. But he did seem a bit off. Hmm. Well, take her easy. See ya. Hätte ich doch dass andere sagen sollten. Er bat mich, einen komischen Schild zu bauen. So, und jetzt das vorletzte. Wir haben's gleich. Das ist nicht der Specialist, den ich dir gesagt habe, Trudy. Äh, well, ich habe mit deinem Mann gesprochen, und er war zu viel wert. In fact, als ich ihm einen Offer er lacht on the telegram. He wrote, Aha! So, I got in touch with Bronco the Kid. Mm-hmm. Doesn't sound like the loftiest of recommendations. And isn't he a bit short for about- Whoa, hold up there, Minister. Don't matter your size, just so long as you know how to rumble. Well, my mistake. I take that back. Well, we don't need him to fight, Logan. Just track him down. Right, Sheriff? Uh, yeah, that too, I guess. I'm just saying, can you do me a solid and take this plate upstairs to the new guy's room? Grace is sick today and I've got my hands full. Oh, Claude. Great. Thanks a bunch. It's so- Why are you jibber-jabbering, Barkeep? We're hungry and we demand spaghetti of the spiciest variety. Right away, folks. That's all right. I shouldn't tell you anyway. Don't want to violate cook customer confiden- up the stairs, first row. Thanks again. Treppe hoch, erste Zimmer. Euer Claude Mittykisten. Ja. Treppe hoch, erste Zimmer. Ähm, Brinning, Malze. Mm-hmm. Broncos. Ähm, wo? Hier. Da. Broncos. Mm-hmm. Geh hinein. M. Mm-hmm. Ja, sollten wir mal machen. Hier ein bisschen untersuchen. Untersuchen. Aha. Äh, okay. Hä? Äh, äh, ähm. Das ist einfach nur stinknormales Kleber. Warum hab ich das jetzt? Hahaha. Hui, Hui. Kleber. Äh, was ist denn für den Hinweis? Hä? Wie soll ich das jetzt so schnell machen? Die Aufnahme läuft doch. Okay, ich muss hier kurz mal cutten, bis ich den Hinweis habe. Okay, hab herausgefunden, wie das funktioniert. Aha, genau. Hm, 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 hm. Und dann geht gruselig. Aha. Also, ich hab die ersten zwei Hinweise schon gemacht. Also, hier, ne, so wird hier angeklickt und dann mit der Lupe rechts, äh, links, rechts, 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 klick, ja. Nicht links. So. Hm. Was ist das denn? Okay. Hä? Ne Figur. Ja, und? Äh, ja, das war der dritte Hinweis. Noch irgendwas? Aha. Lupe? Man muss immer auf der Lupe gucken. Aha. Okay. Kommt mir sowieso alles sehr verdächtig vor. Aha. Ähm. Warte mal. Einen Moment. Äh. Okay. Das doch. Ich komm da um, oder? Wird das nicht mehr, äh, soll ich in die Stadt gehen? Äh, gibt's so, ich könnte weiter nachfragen, äh, ist schon zuhörig genug, seine Maske herunterzureißen, zu können und ihn als zu entlarven, was er wirklich ist. Er ist einfach nur, ja, sprich mal Bronco. Oh, untersuchen. Gehst du hoch? Ja, äh, hoch. Nein, nicht, äh, andere Türen reingehen. So. Ich hoffe, der hat jetzt genug gesammelt, und diesen komischen Bronco. Äh, wo ist mein, da. Äh, da ist was, hier ist was. Moment mal, habe ich zwei. Also, Wahrheit ist bereit, enthüllt zu werden. Diese Kopfgeldjeder ist nicht das, was er zu sein scheint. Geh und decke seine wahre Identität auf. Ja, sind zwei mit Mian sprechen oder mit dem Kind. Ich wollte eigentlich mit Mian noch sprechen. Muss ich noch mit Mian sprechen? Ja, Gehen erst mal zu Mian. Kopfhörter, ist es jetzt nicht Autsch. Was ich doch zu dem Bronco hingehen sollte. Mian, stehen bleiben. Renn dich. Äh. Huh. Du denkst, der Bounty Hunter, äh, ich meine, der Specialist ist weirre. Aha. Hm, der ist verdächtig, ja. Oh, das gibt mir eine Idee. Lass uns jetzt verhören. Ich komme. Okay. Bleiben wir in Kontakt. Wir haben es hier gefunden. Fortschritt 2. Ja. Jetzt mit Bronco konfrontieren. Trittendruder. Irgendwie schon. Ah, diese Sätze. Ja, schon drüber 30 Minuten. Verdammt. So lange wollte ich ja nicht machen. Aber okay. Dann ist es halt so. Wie ist die Super Shock schiebe da drin, Partner? Zeit ist zu verhören. Hm, hm. Ich mache mich mal wie ein Hm, warum hast du bei Bauernleitung gelungen? Was ist mit den Spielsachen? Hm, hm, hm. Äh, Blonde Haar auf deine Jacke. Diese Hautcreme. Entferne die Perücke des Betrügers. Äh. Ähm. Man könnte jetzt alles fragen, ne? Hier, das, das so aus. Liege? Du kallst mich ein Lieger, du alter Kumpel. Was hast du du got, huh? Äh. Äh. All right, fine. I drew it myself. Yeah, that's right. I just didn't want to get bogged down by so many details. So congratulations for being able to see through my sinister plot to get things done a little faster. Hm. Ja, komm, ähm. Blonde Haar auf deine Jacke. So what? Das gehört dir, oder? Huh? Wie hast du? Well, ja, ein Teil meiner Beine wird in einem anderen Farbe. Ich habe gesagt, es macht mich wie ein Pirate. Gut für Untercover-Missionen. Why are you so obsessed with my beard, huh? You're kind of looking like a creep right now, Builder. Hm. Spielsachen in dein Zimmer? Excuse me. You entered my room? That's rude and completely uncalled for. Mhm. Also, first of all, those are action figures, okay? Mhm. Second of all, they're gonna be worth a lot of money one day. Frankly, if some part of your portfolio isn't made up in some part of action figure investments, you're, you gotta diversify Builder. Nächste Frage, Süßigkeiten. So what if I did, partner? Anyone who tells you candy is a sometimes food? Well, they're full of malarkey in my book. Well, uh, why do you think they call me Bronco the Kid? Huh? Because of my child at heart mannerisms and generally youthful disposition and by the by it's a term of endearment. Und diese Hautcreme. So what? Not the computer. How about the store? Get a load of this builder. Never heard of the store. I don't know how you dress yourself. Huh? Yeah, it is a very specific brand not available most places. Okay, when you put it that way, it certainly seems a bit suspicious. But what if I told you actually, it's not okay. Hmm. Runde la mode. Better get a move on. Time's wasting. Hey, quit it. That's your problem, hair grabber. How to heck with this? Looks like the cat's out of the bag. Hmm? Looks take citizens of Saiyan Rock. You thought that Bronco the kid, the bounty hunter from Atara was among you, protecting you, preparing to take action against Logan and his gang. But in fact, all along what was I, Andy. Hmm? Bandit from that poster there? Come on, y'all, I'm in the gang. You're one of Logan's foul crows. What? Get him! Was ist ich doch? Betrüger. Ähm, das Schild hab ich gar nicht gebaut. Das Schild hab ich nicht gebaut. Remember this as the day you almost caught Andy! Was ist doch? Betrüger. Er sah nicht aus wie auf dem Bild. snag. A nice flanking maneuver. Deputy Captain, just as planned. That was impress- Well then, Andy, got anything to say for yourself? Okay. And I would have gotten away with it if it weren't for you meddling adults in this build or two. Shucks. Well, man, what are we going to do with him? I mean, we can't throw a kid in the clink. Yeah, he'd slip right out through the bars. What? Nah, for more reasons, man. We got a deprogramm this kid. He's been bandit washed. Mm-hmm. Er ist noch ein Junge, er weiß nicht, wovon er redet. Redet doch nicht so. reading, writing, arithmetic. Mm-hmm. Mm-hmm. Compounded with a soothing slosh of hard labor to wash it all down. No! In time, he will come to see the light, and then he will thank us. If need be, one day he will aid us in tracking down Logan, so he too can I'll never rat out my friends. You'll have to... Fine. Miguel, will your people watch over and care for this boy? With light as our witness. Then I hereby sentence Andy the bandit child to community service with the church and indefinite mandatory attendance in Sunday school until his behavior normalizes. Okay, ja, ist in Ordnung, aber ich glaube, das wird anstrengend. No! Don't worry, Sunday school is fun! Oh, 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 yeah! At least hat Andy noch jemanden, der zu ihm hält. Okay, gut. Das war eine interessante Story. Sehr interessant. Ja, dann war es das wieder mit Sandrock. Haben wir noch eine neue Hauptstory? Nein, Blumen gejätet, müssen wir auch noch machen. Naja, sind alles Nebenquesten, die brauche ich euch nicht zeigen, glaube ich. Und ja, das war es dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keiner weiteren Sandrock auf meinen Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, genauso viel Spaß hattest wie ich und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Story von Sandrock Tschüss.